Denkst du, dass du bei deiner Gewichtsabnahme dich lediglich zu deinem Wunschgewicht, zu deinem Idealgewicht schleppen musst, dass du gewissermaßen durchhalten musst, bis zu diesem Wert auf der Waage? Dann schau unbedingt dieses Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, ich merke immer wieder, wie eine Denkweise bei vielen Personen herrscht, dass man sich ja lediglich zu diesem Wert auf der Waage schleppen müsste. Und dann ist alles erledigt. Das könnte nicht ferner von der Wahrheit sein für die meisten Personen. Vor allen Dingen, wenn man einen längeren Weg hinter sich hatte oder schon einige Diäten gemacht hat, einige Crash-Diäten inklusive Jojo-Effekt. Und dann könnte das nicht ferner von der Wahrheit sein. Wirklich. Und ich möchte dir da einen Gedankenanstoß geben, der auch in einem, ja, in dem letzten Live-Video, das ich gemacht habe, auf Facebook und Instagram, auf unserem Kanal, ja, mehr und mehr hochgekommen ist. Und es gibt eine Thematik, die nenne ich Wunschverbrauch. Der Wunschverbrauch ist dein Kalorienverbrauch, wo du durch deinen Alltag gehen kannst, mit deinem Verhalten, sei es mit Intervallfasten oder ohne Intervallfasten, sei es mit zwei, drei Hobbys wie Volleyball und Badminton, die du wöchentlich tust. Der Wunschverbrauch ist der Verbrauch, wo du dir in deinem Leben keinerlei Sorgen machen musst. Keinerlei Gedanken, kann ich mir das jetzt erlauben? Kann ich bei der Geburtstagsfeier den Schokokuchen essen? Wenn du das möchtest und wenn du dich regulär so verhältst und eben deinen Wunschverbrauch hast, der damit natürlich zusammenhängt, dann hast du keinerlei Sorgen und dann ist das Thema Gewicht kein Problem mehr. Aber was ist dieser Wunschverbrauch? Darüber möchte ich in diesem Video mit dir sprechen. Und lass uns das Pferd nochmal von hinten aufzäumen. Warum nehmen wir überhaupt zu? Eine Gewichtszunahme ist immer in irgendeiner Form ein Überschuss an Energie. Wir essen mehr, als wir verbrauchen. Mehr ist es nicht. Da spielen natürlich viele Dinge eine Rolle, warum wir das tun. Und maßgeblich in unserer heutigen Welt ist das unsere moderne Ernährung. Das ist nicht deine Schuld. Du hast nicht zu wenig Disziplin oder zu wenig Willensstärke, sondern die modernen Lebensmittel sind das hauptsächliche Problem. Es ist auch nicht die Bewegung oder die setzende Tätigkeit, ähnlich wie ich es gerade tue. Unsere Bewegung ist da nicht hauptverantwortlich. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also warum nehmen wir überhaupt zu? Weil wir überschüssige Energie haben. Und das ist natürlich auch gut so, dass wir überschüssige Energie speichern und nicht irgendwie ausscheiden. Denn wir wollten lange Zeit, wir mussten lange Zeit um das Überleben kämpfen. Das müssen wir heute nicht mehr. Und das beißt uns gewissermaßen in den Allerwertesten, dass wir jegliche Energie speichern, die wir überschüssig haben in der Kalorienaufnahme. Was ist denn unser Kalorienverbrauch? Das ist deine Lebensweise und dein Verhalten über die Tage hinweg. Und in der Natur reguliert sich dieses System perfekt. Wir sehen in der Natur kein Übergewicht bei Tieren oder bei Naturvölkern. Das ist sehr, sehr, sehr selten. Und wenn das der Fall ist, dann sind da häufig genetische Defekte. Ja, die spielen da eine Rolle. Aber in der Natur funktioniert diese Gewichtssteuerung. Unsere Hormone, die funktionieren da wirklich hervorragend. Sobald die westliche Ernährung dazukommt, geraten die Dinge außer Rand und Band. Und da gibt es nur zwei Signale, die da eine Rolle spielen im Rahmen der Kalorienbilanz. Das ist die Sättigung und dein Hunger. Denn je nachdem, wie viel du dich bewegst, wie groß dein Stressniveau auch ist, hast du mehr oder weniger Hunger. Je nachdem, welche Lebensmittel du isst, bist du mehr oder weniger satt. Ich denke, wir alle kennen das, wenn wir Schokokaramellmüsli essen und eine Schüssel nach der anderen essen könnten. Also ich werde da nie wirklich satt. Oder auch das Toastbrot. Dieses einfache Toastbrot, das ist verdammt lecker. Und ich könnte da einen ganzen Leib aufessen. Das ist einfach sehr leer und sättigt wenig. So. Ist dieses System nicht in Balance? Warum auch immer. Und wir nehmen dauerhaft zu viel Energie zu uns. Dann speichern wir diese natürlich. Essen wir dauerhaft zu viel. In Relation zu unserer Kalorienbilanz. Nehmen wir langsam zu. Und wie gesagt, das ist mit den modernen Lebensmitteln sehr einfach. Das ist nicht einfach, wenn du keine verarbeitete Produkte isst. Und daraus entsteht ein ganz, ganz wichtiger Rückschluss, der natürlich auch wichtig ist, wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast. Wir wollen, ich möchte für dich dauerhaft ein Lebensstil ermöglichen. Denn das ist unsere Arbeit bei einem Fasting. Auch mit Intervallfasten. Das unterstützt uns ganz maßgeblich dabei. Dass wir einen Lebensstil, eine Lebensweise in den verschiedenen Bereichen finden. Ob du jetzt ein Sporttyp in Anführungszeichen bist und fünfmal die Woche Sport machst. Oder nur einmal die Woche. Egal wie du dich verhältst. Egal was du auch isst. Das Ziel ist, eine Lebensweise zu entwickeln, die in Harmonie steht mit deinem Kalorienverbrauch. Und der Punkt ist, das was ich im letzten Video gesagt habe, dass sich natürlich unser Kalorienverbrauch auch stetig anpasst. Und vor allen Dingen ein Kaloriendefizit ist ein Reiz dafür, dass sich unser Körper anpasst. Da können wir jede Menge kleiner Dinge tun in unserem Alltag. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir nicht sieben Tage die Woche im Kaloriendefizit sind, sondern nur fünf Tage die Woche. Viele Studien zeigen, dass ein dauerhaftes Kaloriendefizit jeden Tag über Wochen hinweg zu einer stärkeren Anpassung unseres Stoffwechsels führt. Und dazu kann ich dir eine Studie verlinken, die kürzlich auch mal wieder dies bestätigt hat. Also wie du dich bei deiner Gewichtsabnahme verhältst, spielt natürlich auch eine Rolle. Und da spielen auch Pausen bei der Abnahme eine Rolle. Aber mein Gedankenanstoß an dich ist, dass du nicht nur dein Wunschgewicht, diesen Wert auf der Waage im Fokus hast. Und danach reißen alle Stricke und danach ist das Thema erledigt. Nein, dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Part. Dann kommt der Part, eigentlich der schönste Part, dass wir oder du deinen Kalorienverbrauch dahingehend trainierst, auf den Punkt, wo du in Harmonie mit deinem Verhalten stehst. Ob du mal, ja, ob du leidenschaftlicher Tiramisu-Esser bist und zweimal die Woche ein Tiramisu isst, das gehört zu deinem Verhalten. Egal wie du dich verhältst in den verschiedenen Bereichen. Es muss ein Verbrauch her, ein Kalorienverbrauch, der dir diese Dinge ermöglicht. Denn ich denke, es ist nicht der richtige Ansatz zu sagen, Mensch, die Süßigkeiten sind das Problem, deswegen verbanne ich die völlig aus meinem Leben. Das hat für mich nicht funktioniert und ich kenne sehr, sehr wenige Personen, für die das funktioniert. Rein auf Willenskraft sein Gewicht zu steuern. Nein, wir wollen ein Leben natürlich mit den tollen Dingen des modernen Lebens. Mit diesen wirklich äußerst leckeren Lebensmitteln. Ja, Nahrungsmitteln eher. Leben steckt in manchen nicht mehr drin. Zum Beispiel im angesprochenen Toastbrot. Wir wollen einen Verbrauch für dich, dass du in Harmonie mit deinem Leben, ja, dein Leben führen kannst. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass ein Kalorienverbrauch von vielleicht 1500 Kalorien nicht einhergeht mit deinen Gelüsten und deinem Lebensstil auf Dauer. Und warum nehmen wir zu? Nicht, weil wir mal einen Tag außer Rand und Band gegessen haben bei einer Hochzeit, sondern weil wir dauerhaft in einer Missbalance stehen von unserem Kalorienverbrauch zu dem, was wir aufnehmen. Und deswegen ist das Thema Wunschverbrauch wirklich, wirklich wichtig. Und ich hoffe, das hat dir ja einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Denn die Gewichtsteuerung hört nicht beim Wunschgewicht auf, für die allermeisten. Es kann da aufhören, muss es aber nicht. Ich hoffe, dass dir dieses Video und dieser wichtige Gedankenanstoß etwas gebracht haben, dass dich diese Informationen interessieren. Und dann stell sicher, dass du dem Video einen Daumen hoch da lässt. Und wenn du das Video nicht gut fandest, dann stell sicher, dass du zweimal auf den Daumen runterdrückst, dass du auch wirklich sicher gehst, dass der Daumen runter ankommt. Und wenn dich weitere Informationen interessieren, dann schau gerne auf unserer Website www.eimfasting.de vorbei und stelle sicher, falls du es noch nicht getan hast, dass du dir ein Gratisexemplar von meinem neuen Buch »Darf es etwas leichter sein« sicherst. Da geht es auch um die verschiedenen Bereiche, die im Rahmen unserer Gewichtsteuerung eine Rolle spielen und eine ganz, ganz wichtige Sichtweise auf diese Themen. Und ich freue mich da auf dein Feedback. Ich freue mich, von dir zu lesen, wenn du das Buch gelesen hast oder Feedback zu diesem Video. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu lesen und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald.